Thomas EPP ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler und heutiger Fußballtrainer. Zur Letzt war er als Sportdirektor, Jugendkoordinator und Cheftrainer der 1. Mannschaft beim SC Hessen 3 Eich tätig. Spielerkarriere Thomas EPP begann mit dem Vereinsfußball bei seinem Heimatverein Germania Bietigheim. Im Alter von 17 Jahren wechselte er in die Juniorenmannschaft des VfB Stuttgart. Zur Saison 1987 ging er zum damaligen Bundesligisten VfL Bochum und erzielte seine ersten Bundesliga-Treffer. Als der Stürmer in der Saison 1988-89 sowie in der Hinrunde der Saison 1989-90 ohne Tor blieb, wurde er für die Rückserie an den 1. FC Saarbrücken in die zweite Bundesliga ausgeliehen und verpasste knapp den Aufstieg in die Bundesliga. Als man in den entscheidenden Relegationsspielen an seinem späteren Verein Eintracht Frankfurt scheiterte. Stattdessen stürmten für Saarbrücken die Spieler Anthony Jebois, Michael Nusshöhe sowie Rainer Geier. In den folgenden beiden Spielzeiten versuchte er sein Glück abermals beim VfL Bochum, konnte sich allerdings wieder nicht durchsetzen. Zur Saison 1992-1993 still wechselte EPP zu den Stuttgarter Kickers und erzielte in seiner ersten kompletten zweite Ligasaison 14 Treffer. Durch diese überzeugende Leistung wurde der SV Waldhof Mannheim auf ihn aufmerksam und verpflichtete ihn zur nachfolgenden Saison. In den folgenden drei Spielzeiten klopfte er mit dem SV Waldhof immer wieder ans Tor zur Bundesliga. Jedoch stieg er am Ende der Saison 1996-1997 still überraschend in die Regionalliga ab. EPP haftete nun der Ruf des verkannten Fußballprofis ein, er wurde aber trotzdem von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Als Stammspieler trug er maßgeblich dazu bei, dass das Team um Trainer Horst Theer Maraud völlig überraschend den Aufstieg schaffte. In seiner ersten Bundesliga-Saison nach über sechs Jahren konnte er aber seinen Stammplatz im Sturm nicht verteidigen und in neun Einsätzen auch nur ein Tor erzielen. In der Saison 1999-2000 still kam er gar nicht mehr zum Einsatz, so dass er den Verein im November 1999 nach Österreich in Richtung Admira Wacker Wien verließ. Nach Saisonende spielte er bis Dezember 2000 in der Zypriotischen Liga für AEL Limassol und danach für drei Monate beim TV Rüsselsheim Hassloch. Im April 2001 nahm er ein Angebot des VfR Kessel statt an, dort als Spielertrainer zu arbeiten. Trainerkarriere Zur Saison 2002-03 wechselte er als Trainer in die viertklassige Oberliga Hessen zum etablierten SV Erzhausen und erreichte in seiner ersten Saison den neuen Platz. Dies war seine erste vollständige Saison als Trainer. Nach weiteren guten Tabellenplätzen verließ er allerdings auch den SV Erzhausen. Nachdem der Verein sich freiwillig in die Landesliga Süd zurückgezogen hatte. Er heuerte nun beim FC Viktoria 09-Ohr-Barach an, den er in der Saison 2007-08 zum Aufstieg in die Hessenliga führte. EPP trat im März 2013 von seinem Amt zurück, nachdem der Verein den geplanten Rückzug in der Verbandsliga Hessen bekannt gegeben hatte. Der ehemalige Bundesliga-Profi wurde zum Eins. Er führte die 1. Mannschaft zur Meisterschaft in der Saison 2014-15. und damit zum Aufstieg in die Hessenliga, wo er im Dezember 2015 jedoch durch Rudi Bommer ersetzt wurde. Sonstiges Kurioses Thomas EPP leitet in Zusammenarbeit mit dem Verein SSG Langen die Thomas EPP Fußballschule. EPP wurde im DFB-Pokalfinale 1988 gegen seinen späteren Verein Eintracht Frankfurt eingewechselt und verursachte durch ein Foul an Janusz Turovski. Einen Freistoß, den Lachostetari zum 1-0-Sieg verwandelte. Erfolge als Spieler Meister der 2. Bundesliga sowie Aufstieg mit Eintracht Frankfurt in die Bundesliga 1997-98. DFB-Pokalfinalspiel 1988 mit dem VfL Bochum DFB-Pokalfinalspiel Einen Freistoß, den Lachostetari zum 1-0-Sieg verwandelte.